Noch bald wieder! Also, weil man das so angegültig sein und heißt in Englisch. Das war doch nicht so anders, wie man das sagt. So weit, so gut. Aber was geht's dir mit dem Stück, mein Sohn? Jaaa... Hat's mir nur noch ein bisschen verstanden. Ist der Sound so schlecht? Jaaa... Das ist ja gar nicht so. Na, aber... Also, ich weiß nicht, wenn man blöde Texte gemacht hat. Und er weiß nicht, ob es da geht, weil er fragt es nie wieder. Man hört das nicht, man denkt, oh, jetzt haben sie diese Fangstücke, da wollen sie ein bisschen rausholen, weil der Rest immer so schnell ist. Ja, es geht ja was bei dem Stück, er sagt. Unser Freund Branton Welch erschlebt, der war ein Bassist, der sowieso sein sollte, als er eine Auszeit genommen hat. Und es kam hin zu einer Probe, er hat auch wieder jetzt unserst gespielt, wurde von seinem Vater vertruttet, als er gesagt hat, er möchte ja bei uns spielen, und musste zurück nach England, sei ich in England, oder? Er hat diesen Text geschrieben, und es geht um Amerikaner, die auf die Bergdurchfall gehen, und das gilt jetzt was da. Little Big, Leroy muss under pressure. Also ist das auch mal geklärt, was wir wieder spielen, ja. Und er tritt immer mehr, und es liegt alles nur verschwommen. Also, was soll das nicht machen, Stimme erklären, ja. Aber das war nötig. Ihr wisst es, wie ihr dich gekommen seid, wer das nicht erfahren wird, war der nächste.